Nachdem ihr das Essenzglas eingesammelt habt, habt ihr die Aufgabe, bringt das Essenzglas zu Jules, setzt euch hier die Markierung an dieser Tankstelle, dort findet ihr Jules als NPC. Um schneller dorthin zu gelangen, könnt ihr hier vom Fluss Sticks den Effekt aktivieren. Sobald ihr dann bei Jules seid, müsst ihr ein paar Mal mit ihr interagieren und schon habt ihr auch die Phase 3 von 3 abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal.